Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Flo Farrell und in diesem Video möchte ich dir fünf starke Ökoaktien vorstellen mit Verdopplungspotenzial. Das heißt, nicht nur die Umwelt freut sich, sondern auch du, weil du eben gute Renditen damit dir holen kannst. Und das Ganze ist wirklich nur meine persönliche Meinung, keine Anlageberatung, aber die Aktien haben wirklich sehr, sehr viel Potenzial. Und grundsätzlich, warum haben diese Aktien so viel Potenzial? Also was steckt dahinter? Zum einen natürlich ganz klar die Politik, zum Beispiel mit unserer Ursula von der Leyen im Europäischen Parlament, die beschlossen haben, mit dem Green Deal eine Milliarde Euro eben in nachhaltige Energie zu stecken. Und auch die USA mit ihrem gewählten Präsidenten Joe Biden, der, sobald er wieder Präsident ist, dann eben auch wieder dem Pariser Klimaabkommen beitreten möchte. Und auch die Chinesen, die mittlerweile gesagt haben, okay, bis 2060 wollen sie klimaneutral sein, hat eben die gesamte Welt eigentlich erkannt, dass das Thema Nachhaltigkeit und nachhaltige Energieerstellung eben ein ganz, ganz großes Thema ist. Und dementsprechend starten wir jetzt in meine Top 5 Ökoaktien. Zum einen Clean Power Capital, das dürften die meisten wahrscheinlich noch gar nicht kennen. Dieses Unternehmen ist auch eher ein kleiner Penny Stock, das heißt noch kein großes etabliertes Unternehmen. Und das Ganze, sage ich jetzt auch schon mal, ist ein wirklich sehr, sehr risikobehaftetes Unternehmen. Also hier wirklich nur was für Leute, die auch hohes Risiko eingehen möchten. Dafür aber natürlich auch viel Potenzial da. Und hier würde ich auch nicht zu jedem Preis kaufen. Ihr seht es auch, in den letzten Jahren sehr, sehr schwach gewesen und dann plötzlich hier im November 2020 hochgestiegen. Warum? Das ist eine Beteiligungsgesellschaft, die sich eben an klimafreundlichen Unternehmen beteiligt. Und im November haben sie eben bekannt gegeben, dass sie 90 Prozent an dem Startup Power Tab übernommen haben. Und die arbeiten daran, dass man eben Wasserstoff direkt an Tankstellen herstellen kann und nicht erst dort hinfahren muss und dann quasi dort diesen Wasserstoff lagert. Dementsprechend erhoffen sie sich da auch eben, ja, Geldeinsparungen. Und das soll das Ganze dann günstiger machen und attraktiver für Unternehmen, die Wasserstoff eben bereitstellen wollen. Das ganze Unternehmen hier, Clean Power Capital, ist noch nicht im Gewinnbereich. Also die machen noch starke Verluste und von daher wirklich nur für Leute, die hier langfristig mit viel Risiko investieren wollen, aber eben auch viel Potenzial. So, das Ganze ist jetzt das erste Unternehmen gewesen. Jetzt kommen wir zu Nordex. Nordex ist schon wesentlich etablierter. Das ist ein Unternehmen, was aus Deutschland, was Windkraftanlagen herstellt, also das Thema Windenergie hier ganz klar aufgegriffen, kostet aktuell 19,41 Euro und ja, ist eigentlich ganz passabel unterwegs hier, wenn man sich das Chartbild mal anschaut von den letzten zehn Jahren. Wir hatten hier mal einen ganz großen Boom, wo die Aktie wirklich ganz, ganz hoch gegangen ist, dann wirklich wieder sich deutlich konsolidiert hat, beziehungsweise auf dem absteigenden Ast war und jetzt eben im Jahr 2020 wieder am Anziehen ist. Also es gibt hier auch größere Aufträge, die vorliegen und das Ganze natürlich auch zukunftsträchtig, weil natürlich Windparks und so immer mehr gebaut werden, aber eben auch immer öfters irgendwelche Regularien dazukommen, zum Beispiel mit Abständen und so weiter zu den nächsten Städten. Ich sage nur in dem Fall Bayern, wobei das eher ein kleinerer Bereich ist der Welt, was das Thema Windkraft angeht. Aber trotzdem, es gibt natürlich auch hier größere Probleme, was zum Beispiel das Thema eben Platz angeht und wo man diese Dinge positioniert. Und es gibt natürlich auch ganz, ganz viele Konkurrenzmöglichkeiten im nachhaltigen Energiesektor. Das heißt zum Beispiel Solarenergie, Wasserstoff und so weiter. Nichtsdestotrotz denke ich, dass Nordex hier wirklich viel Potenzial hat langfristig und sich auf jeden Fall auch meiner Meinung nach verdoppeln könnte. So, wir kommen zu Ballard Power. Ballard Power ist ein Unternehmen, wo ich auch sehr, sehr stark selber investiert habe. Das Ganze habe ich damals so 12 Euro gekauft, kostet aktuell 17,20 Euro. 2020 ist ein Wasserstoffunternehmen, was Brennstoffzellen herstellt. Und ihr seht es hier, das Chartbild ist eigentlich wirklich gerade hier so ein richtiger Traum im Jahre 2020. Es ist wirklich steil bergauf gegangen, eben gerade auch im Zuge von dem European Green Deal oder generell einfach dieser Wasserstoffstrategie, die eben immer mehr in mehr Ländern gefahren wird. Also wo man sagt, okay, dieser grüne Wasserstoff ist eigentlich so die Zukunft und ist vielleicht sogar viel versprechender, als es nur Solarenergie oder nur Windenergie und dementsprechend gerade auch für Energiebereitstellung, Energiespeicherung sehr, sehr interessant. Und von daher Ballard Power meiner Meinung nach auch mit viel Potenzial noch aktuell schon ziemlich hoch bewertet. Ihr seht es gerade, also heute ist der 27. November. Ich weiß nicht, wann du das Video siehst. Ist schon aktuell sehr, sehr teuer. Aber meiner Meinung nach, wenn du langfristig anlegst und das solltest du eigentlich bei nachhaltigen Aktien immer machen, dann wirst du hier auf jeden Fall meiner Meinung nach immer noch viel Potenzial haben, denn das Thema hat gerade erst begonnen, so richtig groß zu werden. Dann kommen wir zur Linde Group. Linde Gas, das heißt, hier geht es um Gase, auch zum Beispiel um Wasserstoff. Das heißt, Linde ist im Prinzip ein Produzent, ein Bereitsteller von Wasserstoff und anderen Gasen und Flüssigkeiten und Chemikalien. Und von daher kann ich sagen, dass Linde hier eigentlich so das etablierteste Unternehmen ist, weil das gibt es schon am längsten, das hat den besten Kursverlauf, das ist nachhaltig, das ist schon lange in der Gewinnzone und wirklich sehr, sehr stark etabliert am Markt. Und von daher kostet aktuell 216 Euro die Aktie. Du bekommst auch eine Dividende von 1,63 Prozent und du siehst es am Chartbild. Also die Aktie gibt ja eigentlich stetiges Wachstum, konstantes Wachstum immer hier bis jetzt auf diesen kleinen Knick hier unten, aber da ist ja die Gesamtwirtschaft eingeknickt, ist dann aber auch relativ schnell wieder hochgegangen. Und gerade jetzt auch mit diesem European Green Deal und generell einfach auch dieser Aussicht, dass Gase und solche Stoffe und gerade auch Wasserstoff wirklich in der Zukunft auch immer wichtiger werden, ist hier Linde wirklich ein ganz, ganz großer Tipp von mir. Und wenn du jetzt sagst, okay, das ist alles ganz schön und gut, ich möchte jetzt wirklich in Nachhaltigkeit investieren und möchte auch eine gute Rendite haben, dann aber kein großes Risiko, dann empfehle ich dir Linde von diesen fünf Aktien, weil Linde wirklich am etabliertesten ist und auch am solidesten ist. Das heißt, hier hast du ja keine gigantischen Kurssteigerungen, aber solide Kurssteigerungen. Du hast sogar noch eine Dividende obendrauf und eigentlich konstantes Wachstum. So, kommen wir zur letzten Aktie, Nell Aser. Nell Aser ist ein Unternehmen, was ebenfalls in der Produktion, der Bereitstellung und dem Transport von Wasserstoff tätig ist. Das heißt, hier auch wieder ein Wasserstoffunternehmen. Du siehst auch bei mir der Fokus sehr, sehr stark auf Wasserstoff, weil das meiner Meinung nach wirklich auch der Stoff der Zukunft ist, gerade im Bereich erneuerbare Energien. Und ja, auch hier das Chartbild sehr, sehr gut. Auch gerade hier im Jahr 2020 sehr stark abgehoben. Auch hier wie bei Ballard Power aktuell sehr, ja, ich sag mal gut bewertet schon. Das heißt, im oberen Bereich, du siehst es auch schon, hat den aktuellen Höchststand erreicht. Das kann natürlich zu einem weiteren Ausbruch nach oben führen, kann aber auch natürlich erst mal kurzfristig oder mittelfristig zu einer kleinen Konsolidierung. Das heißt, einem Rücksetzer kommen. Du siehst es auch hier in den vergangenen Monaten kam es öfters mal zu Rücksetzern. Von daher auch hier immer ein bisschen schauen, zu welchem Preis du kaufst. Wobei auch hier wieder mein Tipp ist, wenn du das Ganze langfristig, das heißt über die nächsten fünf oder zehn Jahre oder 15 Jahre anlegst, dann ist es gar nicht mal so entscheidend, wann du jetzt einsteigst, sondern Hauptsache, dass du irgendwann mal überhaupt einsteigst. Von daher Nell Asa auf jeden Fall hier auch ein Kandidat mit sehr, sehr viel Potenzial. Steht auch noch gerade, ja, ich sag mal so am Anfang. Das heißt, noch nicht so etabliert wie Linde oder sowas. Also von der Firmenhistorie her. Aber von daher hier wirklich ein Kandidat mit sehr, sehr aussichtsreicher Zukunft. Das sind jetzt meine fünf Unternehmen. Schreib mir auch gerne mal in die Kommentare, ob du diese fünf Unternehmen selber schon in deinem Portfolio hast. Ansonsten vielleicht auch noch Alternativen, ob du jetzt zum Beispiel auch eher auf Solarstrom setzt. Und ja, das würde mich auf jeden Fall freuen. Ich beantworte jeden Kommentar. Und wenn du noch mehr Videos haben möchtest zum Thema Finanzen und Geld verdienen, dann abonniere mich doch gerne, wenn du es noch nicht getan hast. Ich lade alle zwei Tage ein Video hoch zum Thema Geld verdienen oder Finanzen und Aktien. Und freue mich immer wieder über dein Feedback in den Kommentaren. Gerne auch deinen Daumen nach oben für dieses Video und dein Abo, wenn noch nicht geschehen. Ja, und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß beim nachhaltigen Investieren. Und diese Öko-Aktien ist auf jeden Fall ein toller Trend, wo du auf jeden Fall noch viel Potenzial in der Zukunft mitnehmen kannst. Und ich werde das auf jeden Fall auch machen und werde dich auch auf dem Laufenden halten, in welche Aktien ich weiter investieren werde. Von daher abonniere mich gerne, dann verpasst du nichts mehr. Mach's gut, viel Erfolg beim Investieren. Dein Flo Ferell.